Und da sind wir wieder bei Prey Ich red ein bisschen leise, kann es sein, ja? Ich weiß nicht Ich glaub im letzten Part war ich ein bisschen leise Auf jeden Fall Also ich mach Videos und ja zurzeit hab ich kaum Aufrufe und schade Ich gebe Mühe mit allen und mit mehr Zuschauern und Feedback und Daumen hoch und Daumen runter für mich schon sehr wichtig, ja, aber kann man nix machen Ich will halt nix erpeddeln, ich will einfach, dass die Leute wieder schauen, weil es witzig ist und toll und nicht weil ich sie dazu angestachelt hab Schaut meine Videos, guckst du, ey, schau sie dir mal an Nee, ich möchte ja Aber so geht's auch nicht ohne Werbung Das ist halt ne Scheiße Ich will halt Nicht nerven, aber auch Keine Aber ich möchte auch, dass wir ein Video schauen Ich weiß nicht, naja Dann geht's jetzt los Mit Prey Was erwirbt uns hinter dieser Tür? Erstmal ein Eich? Noch mehr Wächter? Wo ist denn der hier? Alter Drei Wächter Jetzt geht er ab Stirb So, einer ist tot Hehehe Und jetzt nur auf der hier Tau, läuft einfach ab Das Schwein Ach da Oh ey Wieso sterbe ich, wenn er mit Fässer auf mich wirft? Wieso sterbe ich denn bitte? Hallo Hallo, ich bin Ich bin, ich bin Tomasi Was heißt eigentlich Tomasi Falke, oder? Ich meine Man sieht ja meistens Falken-Symbole Vielleicht so ist Moment, da hau nicht ab Das war's ja jetzt, oder? Ja Gut Waren wir uns denn gleich aufgetankt Perfekt Heilung haben wir auch Ach da ist noch Heilung Holen wir uns gleich, denn Denn sperren wir ja hoffentlich nicht so schnell Oh Mann ey Ich weiß das mit dem Wächter Anscheinend nicht Wo komm her Na, wo bist du? Na, wo kommst du raus? Ach da Ich krall dich Ich krall dich Was hab ich Was hat mich erwischt bitte? Alter, was hat mich erwischt? Ich würde ja regelrecht auseinander zerfetzt Weil ich mich nicht verguckt hab Ich will nicht leben, ich will nicht leben, nein Nein So, was hat mich jetzt zerfetzt So, was hat mich jetzt zerfetzt Oh, wo bist du? Na, wo bist du? Da ist keine Möglichkeit zu werfen Ne, das nicht Oh, da tut mir aber leid Das tut mir leid Das tut mir leid Das tut mir leid Das tut mir leid Dann, wollen wir mal weiter Dann müssen wir ja nicht runterfallen Alter Super Super, ich muss ihn erst besiegen Super Erst besiegen und dann Kann man weiterziehen Sehr schön Sehr schön Sehr schön Sehr schön Ach, scheiße Na, komm her Na, komm her Na, komm her Was, hopp Nur weil du auf, äh, in der Decke spazieren kannst, denkst du, du bist cool, oder? Da denkst du vielleicht, du bist der große Schecker hier Ja, ich kann auch an der Decke gehen, bei dir ist es jedenfalls so aus, als könnte ich an der Decke gehen Gut, die Tür ist auf Perfekt So, wir speichern nur kurz Noch, ey Komm schon Alter, seid ihr hässlich Wann bist du hässlich? Oh, ne Ne Ich bin hier zwei So Hallo, ich hab dich gekillt Du darfst nicht leben Ich hab dich gekillt Ich hab dich gekillt Ich mein, bei Tomb Raider Gibt's hier auch nen Boom Komm auch schön mit Boom Na ja, und hier Ich find das gut gemacht Okay Gibt's hier auch nicht Gibt's hier einen? Endlosen sterben Und wir sterben hier und wir sterben dort Und Jesus fragt sich, wieso wir immer so ne kurze Aufstehungsritte haben Er mit seinen drei Tagen ist ja da ein bisschen lagsam, ne Und wir stehen in 10 Minuten wieder auf Wenn wir rollen Und wir wollen endlich aufstehen, oder? Wollt ihr aufstehen? Ne, ne Ich mein morgens Seid ihr müde und wollt ihr? Alter Verrecke 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 Na komm her Na komm Nur keine Angst Ich tu dir nix Das ist schon ne mächtige Waffen, das ist schon wahr Was hat das mit diesen Vieren auf? Oh ne, ne Das sind die Wächter Okay Das sind die Wächter Wo willst du hin? Wieso? Geht ja nirgendwo anders hin, oder? Okay Okay Was soll ich jetzt hier? Wo denkst du, wo ich? Wo? Ach n Alter Alter Boah Ach da So So Wir holen uns gleich wieder neue Muni Schön, dass wir uns immer wieder neue Muni geben Und Energie Find ich schön Alter Und die Wächter nerven ein wenig Muss ich ehrlich sagen Diese Nerven Was ist denn da? Heizung Oder was? Ich beeindruck' Nein, nein, nein. Also sagt meine Frau, dass ich sie liebe und ich schreibe mir mein Testament. Alle meine Waffen sollen repariert werden, wegen Kurzschluss. Und ja, ich, es war toll bei euch. Was? Komm, komm und geh zum Platz, den ich für dich vorbereitet habe. Okay, das ist es. Seine Mutter, oder wie? Wie jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was soll ich jetzt machen? Hä? Was soll ich jetzt machen? Okay. Hey! Hey! Das ist eine beschissensteuerung. Hey! Okay! 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 Hey! Die Steuerung ist für'n Arsch! Okay! 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 Komm! Runter! Runter! Los! Fast geschafft! Fast geschafft! Mal wieder! Okay! Okay! Ja, hab alle erwischt. Endlich. Ja, hab alle generativen, wie viele andere. Wie Sie, ich resiste. Ich habe die Keeper von der Sphäre all den Weg zu dieser sehr Chambre. Die Sphäre erinnert, dass ich... ...exceptual. Sie hat sich alt geworden. Es hat mich geholfen. Und es hat mir ein Geld gegeben. Meine Leute würden sich geholfen, wenn... Wenn Sie überstehen? Yes. To become immortal? Or to perish? I made the obvious choice. As you will... Now. Okay. Was soll ich jetzt machen? Die lag ich mich jetzt wieder auf. So Ist doch gewesen sein. Hallo, ich hab ihn erwischt. Wunderbar. Einer muss noch sein. Und wo ist er? Erwischt. Ist doch so eine Zahl. Hallo? Was soll ich jetzt machen? Ah! Oh! So, jetzt verstehe ich. Ich muss die Felder kaputt machen. Der ist mit dem anderen Landschiff nochmal kaputt gemacht. So, wo ist noch eine Schuh frei? So, da oben ist noch eine Schuh frei. Hä? Der Unwarnung ist noch eine Schuh frei. So. Der Unwarnung ist noch eine Schuh frei. Einer einziger. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht nochmal für Freunde machen. Oh. Oh, wo ist die Stelle? Da. Da. Fast, fast, fast. Neu. Ich muss schnell sein. Ich musste... Ich muss da stehen, wo seit nächstes kommt. Ziemlich simpel. Das System. Ziemlich simpel. Ziemlich simpel. So, da ist es. Also, wenn ich jetzt mal so lang gehen. Ich weiß, wie das jetzt kommt. Ey. Ne, jetzt kommst du dahin. Mann. Ich nehm schon sicher ziemlich lang auf. Was für spannend ist. So. Die eine Fläche mache noch und dann mache ich eine kleine Pause für den Endgegner. Ja. Geschafft. Geschafft. Ist jetzt geschafft. Ist jetzt geschafft. ein paar. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Was für gute Fragen geh in Deutschland, so da ist sie immer noch einmal am Cait харaiji, den 1. 6. Vielen Dank.